Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so lange her ist. Ja, ganz kurz, wenn wir noch gerade so beim Thema Verbesserung beim OBS sind, oder Black sagt ein paar neue Sachen. Also das, was ich mir jetzt so für ETS überlegt habe. Komme gleich wieder, Schatz. Alles klar, Mausi. Würde ich jetzt erstmal so beibehalten. Also wie gesagt, es waren so kleine Änderungen, aber ein bisschen aktiv war, mit den Kanalpunkten zu arbeiten. Da kommt aber auch noch was anderes. Also ich setze langsam, sehr langsam die Änderungen, was ich für Ende April habe, setze ich um. Neue Trailer gibt es auch noch für die Spedition. Allerdings ist es Zeit dafür, dass es halt für die Spedition, wer für die Spedition auch quasi mitfährt. Also wie gesagt, wer aktiv ist, deswegen habe ich ja auch dieses Truckers Book Klient da. Kostenlos, wo ihr anmelden könnt. Ich habe halt mit kostenpflichtige Versionen, um dieses Live Tracking zu benutzen. Gerade wenn ich dann wieder so eine... Müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn ich Depressionen habe und mit einem brummten Schädel, das Zocken hilft mir total, komplett zum Abschalten. Ich weiß nicht, wie sich das eingebürgert hat, aber es ist einfach so. Ich bringe zwar komplett meinen Bio-Rhythmus auseinander, aber ich bin mal gespannt, wenn ich das meinen Seelekleppner verrate. Am 2.5. Freude, am 2.5. habe ich Zeit. Einen Termin. Also da werde ich dann auch keinen Streams machen, weil um 9 Uhr habe ich den Termin. Ich habe sogar einen in Meinheim gefunden. Was für ein Wunder, ey. Wow. Jetzt hoffe ich, dass es dann auch alles in die richtigen Wege geht, ey. Und dass ich auch dieses Problem, das Thema Gesundheit, dann abgehakt habe. Naja. Ja, aber wie gesagt, es gibt noch weitere Trailer für die Spedition. Und auch dann noch die Überarbeitung mit den Trucks, wenn die neu überarbeitet werden von SCS. Das heißt, meine Trucks muss ich noch überarbeiten. Und dann, wie gesagt, Guni, danke an der Stelle auch für den Denkanstoß, die ganzen LKWs als Paint-Shop-Pack fertig zu machen. Hat nämlich auch was Gutes. Und dann kann ich mich damit nämlich auch dann nochmal befassen. Aber ja, wie gesagt. Jetzt nehmen wir erstmal mehrere Folgen für die ETS auf, also heute und noch für die nächste Woche oder für die nächsten Wochen. Und morgen, Freitag dann, Nachmittag. Ich ernähre immer noch ein bisschen für Bratwurst. Für das Community-Rennen am Sonntag. Das fängt ja auch wieder abends an. Und ja. Nächste Woche heißt es dann auch für mich wieder arbeiten zu gehen. Das habe ich natürlich auch nicht vergessen. Aber die Woche war... Die Woche ist sowieso vorbei. Also... Mit irgendwas da noch zu kommen... Ich hatte eigentlich schon gedacht, dass ich die Woche noch beim Seele-Klemmtner meinen Termin hätte. Aber naja. Im Endeffekt war da gar nichts. Naja. Aber okay. Das sind... Seid ihr wenigstens mal... Wieder auf den aktuellen Stand. Was OMSI ist, was ETS 2 betrifft. Und... Ja. Falls ihr noch wirklich noch ein paar andere Informationen haben wollt... Könnt ihr Ausrufezeichen WOT eingeben. Dann kommt ihr auch auf meiner... Ruckerts-Book-Seite. Also wir versuchen... Monatlich 5000 Kilometer zu fahren. Das ist unser Speditionsziel. Wer mehr fahren will, kann halt noch mehr fahren. Macht ja nichts. Aber es geht halt so um die Gemeinschaft. Mehr steckt dahinter eigentlich gar nicht. Das freut mich auf jeden Fall umso mehr. Und ich bin schon richtig scharf auf den neuen Mercedes da. Ich meine... Wir hatten... Ich hatte ja auch den Mod mal drauf gehabt. Aber dann... Aber ich weiß gern, wer mir geholfen hat. Die Dev-Datei ein bisschen zu ändern. Das war nämlich auch einer von der Community. Oh, oh, oh. Dann hat es wohl hinten drauf geknallt. Ha, ha, ha. Naja. Ach, schön, schön, schön. Ich hatte sogar noch gestern einen Post vom Arbeitsamt. Das ist auch so eine ganz kuriose Geschichte. Also... Wollte sie gar nicht erst erzählen. Aber jetzt... Ich verstehe... Ich verstehe es echt nicht. Was die manchmal von einem wollen. Aber... Schicken sie für die Rentenversicherung, weil die Stadt übernehmen die Kosten und etc. Egal. Für einen gewissen Zeitraum, ne? Erst sagen sie, ja, sie haben es bezahlt. Und jetzt schicken sie den Storno raus. Also weiß die linke Hand nicht, was die rechte Hand tut. Ist ja interessant. Und er merkt es... Oh, auch nicht schlecht machen. Auch nicht schlecht, Justin. Das macht dir richtig Bock. Das macht dir auch richtig Bock. Ich bin da... Ich bin da auf jeden Fall mal gespannt. Oh. Oh. Ach so. Ich sehe immer noch den blauen Punkt. Oh Gott. Wollte ich schon gerade sagen. Ja, die E-Mobilität... Also ganz ehrlich. Seid sie da wieder von NRW jetzt über Hessen wieder streiken? Der ÖPNV. Ich weiß nicht, wann die Bahn wieder losliegt. Keine Ahnung, wann die Bahn dann wieder losliegt mit Streiken. Aber ich denke, das kommt auch bald wieder. Und dann stehen wir auch wieder da. Bin wieder da, Schatz. Wippee. Oh ja, am Ende. Okay. Ah, Justin, der interne Gamer hier. Inside... Inside nahe, inside nahe. Inside unuse. Nein. Aber es passt, ja. Freut mich auf jeden Fall. Also... War nicht veröffentlicht, weil da die Sounds noch fehlen. Naja, okay, das braucht... Ich bin ja vor allem mal die neuen Sounds gespannt, was... Was SCS da noch für den Bremstest da drin hat. Also... Wie gesagt... Ich sag's euch ganz ehrlich. Warum ich mir noch nicht die neueste Version draufgeladen habe. Ähm... Es liegt einfach daran, dass ich zu viel Zeit in diesen Spielstand investiert habe. An Mods, an Erfahrungen, ähm... Und ich hab hier auch noch einen Multiplayer-Stand. Äh, wie gesagt, das ist ja... Ist ja auch noch nicht so... Was für ein Deutsch, Alter. Was verschwätz ich denn da? Ja, ich hab einen Multiplayer. Ja. Ähm... Aber den will ich ja auf der ProMods quasi aufbauen. Na, dass man... Weil ich will ja irgendwann auch nochmal mit Keksi fahren. Na, oder mit, mit, mit... Äh... Oder mit Corey, wenn ihr Lust habt. Er schaut ja auch auf das hier vorbei. Hoppala. Vielleicht findet man da noch einen Abend, wo man da noch gemeinsam ein bisschen fahren kann. Ja. Aber noch kurz am Rande. Meine Lieben, schaut auf jeden Fall mal die zwei letzten Videos vom LS22 Experimental Haut-Belarant an. Sie sind ein bisschen lang. Ja, aber gerade, äh, 49, 48, die Folge, äh, sind besondere Details drin. Also da auch in dem Fall. Ja, äh... Ja, äh... Aber... Er ist ja froh, dass das klappt. So. Auf dem anderen Punkt, was wir ja noch, äh, hatten... Zweite Funktion. Jetzt weiß ich, was für die zweite Funktion war. Wir wollten ja dieses Glücksrad ja noch, ähm, benutzen für OMC 2 oder auch für ETS 2 für ein paar Touren. Also quasi für ein paar Aufträge oder ein paar... Städte-Trips, wie ich sie nennen würde. Wo quasi jeder Zuschauer dann einmal, oder, ne, über dieses Auswahlsystem, dass sich jeder quasi, äh, mit dem Ticket sich anmeldet, ne, holt sich dann quasi... Und ich schloss dann quasi aus, wer dann... Am Spinrad... Oder wie ich es so schön sagen würde, also es wird eine extra Szene geben. Ja, da steht drauf, äh, Tourenrad. Äh, und dann könnt ihr quasi mich dazu... Äh... Äh... Entscheiden als, äh... Das, das Glücksdisponent. Boah, das Glücksraddisponent, oder? Ich glaube, den Namen, den müssen wir noch ändern. Aber ich denke, ähm... Da kriegen wir auch noch was dazu. Äh, aber was mir das so... Ja, wie wir es da so deichseln. Finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Und dann fahre ich halt quasi dahin, wo ihr mich dann quasi... Das Glücksrad entscheidet. Finde ich eigentlich eine sehr schöne Interaktion. Aber mir war halt noch nicht bekannt, wie ich das Ganze... Ein bisschen beschreibe, ne, also... Die Seen existieren schon. Nur will ich das Ganze über Stream Elements... Das läuft dann über dieses GIF-System. Aber es muss dann doch eh irgendwas anderes geben. Um... Um das ein bisschen zu vereinfachen, ne. Aber ja... Da bin ich halt nur so in der... Im Versuchs-Stadium. Praktisch ist schon alles hergerichtet. Die Sehne steht. Nur... Wie machen wir das mit diesem Ticket-Szenen. Weil ich will halt schon bei... Stream Elements bleiben. Und wenn da halt auch so ein bisschen das Ganze funktioniert, ne. Also... Bin ich auch froh, wenn es da schon... Wenn es euch gefällt. Oder wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was ihr sagt... Hey... Probier doch mal das andere aus. Oder irgendwas... Mit Kanalpunkten... Einen anderen Truck fahren zu können. Ja, warum denn nicht? Hat ja auch so sein... Das kam ja damals auch von Tobi. Tobi hat ja auch gesagt... Hey, pass auf. Bei so und so vielen Kanalpunkten... Hast du so und so viele LKWs. Oder die LKWs zu fahren. Ist ja auch nicht schlecht, ne. Hallo, Marsi. Moin. Ach, 45 Minuten länger streamen. Wow. Das heißt, statt eine 8er... Statt eine 8er... Wird jetzt heute... 8 Stunden 45. Das können wir heute machen. Auf jeden Fall. Wie geht's dir denn? Du warst ja schon lange nicht mehr da gewesen. Guck mal, es gibt eine neue Funktion. Vielleicht hast du... Ich weiß nicht, ob du es jetzt vorhin mitbekommen hast. Aber im ETS2 wird sich im Bild ein bisschen was ändern. Und zwar, es gibt nämlich einen Live-Map-Live-Tigger. Wo ich nämlich gerade unterwegs bin. Grad die, wo dann mit in der Spedition fahren. Und bei den Kanalpunkten... Ja, ich hätte es gleich mal oben anpinnen sollen, ey. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Au. Ja. Weil das... Das andere ist... Ich habe das eigentlich schon... Im... Im letzten Stream... Habe ich das schon rausgeschnitten. Und in dem Video verpackt. Nur so Detail... So im Detail war halt... Das ist noch nicht so. Also selbst das Video da... Muss ich halt noch mal ein bisschen überarbeiten. Noch mal neu schnippeln. Aber ich denke mal, dass das halt schon dann... Für Mai... Dann... Aktiv wird. Naja. Und da bin ich mal gespannt. Dann geht es im praktischen Sinne... Und testen für... Dezember quasi. So. Wir sind auf dem Weg nach Torto. Ähm... Wie gesagt, könnt ihr ja... Um Auftritt... Bei den Kanalpunkten... In den Auftragsstatus mit... Äh... Sehen. Und... Äh... Danach schauen wir mal. Wohin wir fahren. Weil auf jeden Fall wird heute erstmal schön... Einen ruhigen... Ruhigen Tag... Was ist denn hier los? Wir haben Ballen, die gepresst sind. Gewickelt. Aha. Ich werde auch gleich das Event noch machen. Was... Äh... Was für ein Event? Habe ich was verpasst bei W.O.T.? Ach so. Okay. Okay. Wow. Da siehst du mal, wie ich voll im Experimentier-Stadium voll bin, ey. Weil heute Morgen nur die zwei Szenen eingerichtet, ne? Hier mit dem... Mit dem... Mit dem Video und mit dem... Ähm... Hier ist direkt ein TMP. Okay. Schön. Das ist doch toll. Das freut mich doch. Oh, das ist toll. Das ist toll. Oh, ich brauche noch einen neuen Kaffee. Naja, jetzt fahren wir erstmal die Tour da zu Ende. Dann schauen wir mal. So. Genau. Ähm... Nächste Woche. Ähm... Ich weiß nicht, wie das... Äh... Ach, das machen wir am Sonntag. Ich versuche Sonntag immer, äh... Jetzt... Ähm... Einen Streamplan mit einem wenigen Shortcut rauszusetzen. Auszubringen. Shortcut, was nächste Woche so ansteht. Ähm... Und es wird dann abends immer so gegen 22... 22 Uhr dann veröffentlicht. Also das Shortcut mit dem Streamplan. Und es wird dann... Untertitelung des ZDF, 2020